Hallo zusammen, willkommen zurück zu Far Cry 5. So, als allererstes muss ich mir mal meine Waffen wieder ausrüsten. Geh doch mal beiseite. So, wo sind sie denn die guten Stücke? Genau. Genau, genau. Was? Nicht kaufen, mitnehmen. Hä? Bin verwirrt. Was hatte ich noch dabei? Die hier. Ah ja, genau. Die packe ich jetzt mal da hin, setzen wir mal zurück. Eigentlich müsste ich die jetzt doch auch... Nein, muss ich nicht, okay. Oh. Hm, ich glaube... Schaden, die macht ordentlich Schaden, sehe ich gerade. Die macht nur 4. 5. Hm, ich glaube, ich gönne mir tatsächlich mal eine neue Waffe, wie wird das denn? Beim Probieren kann man es ja mal, ne? Ja, kaufen. Was soll's. Ähm. Das war das Scharfschützen-Dingens hier und das ist die hier. So, was haben wir denn für hübsche Farben hier? Keine? Okay. Oh, das ist alles so teuer. Schalldämpfer. Nee, möchte ich für die Waffe ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. Äh, nee. Hm, Reflex-Visier. Was nehme ich denn jetzt da? Optisches Visier. Ja, komm, ich nehme einfach das hier. So, okay. Kostet nicht allzu viel. Schalldämpfer. Lass ich jetzt mal. So, jetzt kann ich die noch anpassen. Was für ein Visier ist denn da drauf? Kein Gutes. Das sieht besser aus. Na, egal. Oh, eine hübsche Schrupfende gibt's auch schon. Sehr schön. Wenn man schafft, ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, okay, wir überlassen das mal so. Habe ich denn genug Munition für das Ding? Oh ja, nicht. Klingt schon mal nicht schlecht. Oh, hier ist kein Peggy. Ich bin der Einzige hier. Gut, der Verkünder. Sammle dich mit dem Widerstand. Das machen wir als nächstes. Äh, andere Waffe. Das geht da hinten ab. Hm. Okay, dann los. Ich frage mich zwar gerade, warum ich jetzt schon wieder zu Fuß laufe. Ich ändere die Position. Boah, hier kann ich nichts mehr machen. Huh. Oh, ich treffe den nicht. Ist zu weit weg. Oh je, ob das eine gute Idee war, sich die neue Waffe anzulegen. Ich glaube nämlich nicht, dass die so gut ist. Na, das sehen wir dann. So, so ein kleiner Feldspaziergang ist auch mal schön. Nicht wahr, Boomer? Peggys? Nein. Ich glaube, die Waffe hier mit einem ordentlichen Messier wäre gar nicht so schlecht. Oh, Troutan. Oh! Hey, links. Äh, ja. Blindern. Hier sind ein richtiges, äh, was würde ich jetzt sagen? Keine Ahnung, hab's vergessen. Egal. Ich glaube, ich hätte mein Maschinengewerbe halten sollen. Und einfach die hier mit einem ordentlichen Messier ausstatten. Wäre besser gewesen. Naja, können wir dann noch immer noch machen. Jetzt probiere ich es erstmal. Guck, wie werde ich damit kommen. Hui, wir rutschen den Berg hoch. Sehr schön. Äh, was ist denn hier los? Die sind ja alle tot. Wieso sind die tot? Ah, wiederbelebend. Komm hoch, mein Freund. Doch, los. Ne, ich helfe dir. Ich schätze, ich schulde dir was. Der verdammte Truck hat unsere Straßensperre einfach durchbrochen. Ja, dir helfe ich auch. Komm, mein Freund. Sehr schön. Uh. Hey. So, war getroffen. Cool. So, der muss sich zerstören, ne? Also. Man hat Dynamit, was soll's. Und tschüss. Achtung. Sauber. Ja, ich krieg den Balken noch voll. Wir werden schon sehen. Nehmen. Erreiche die andere Blockade. Wo ist denn? Ach mein Gott, ich brauch ein Fahrzeug. Darf ich da mal einsteigen oder so? Das hätte man besser machen können. Los geht's. Oh, sieht wieder spannend aus. Oh je, das sieht wieder nach Ärger aus. Ich seh's, ja. Oh, ein Hubschrauber. Oh, meiner. Was ist los? Wieso was? Oh. Wir schaffen das. Oh, hey. Hallo, Hubschrauber. Hallo. Ich dachte, nix davon. Komm, wir machen's mit dem Hubschrauber. Jawohl. Was ist denn hier los? Oh, das war's schon. Das ging ja schnell. So. Es gibt also noch mehr Trucks. Äh, nee, Mission. Nein, nein. Wo sind's? Johns Trucks. Nee, Flugzeug. Das war's nicht. Hier ist noch ein Türmchen. Ein Silo, meine ich. Da haben wir noch einen Außenposten. Falls End. Ah, hier ist immer. Da. Hm. Okay. Ich hab zwar kein Schirm, ob ich jetzt hinfliege. Satelliten schüssen. Ah, guck mal. Hallo. Weg mit dir, du. Peggy. So. Ich stell grad fest, mit dem Hubschrauber rumfliegen ist eigentlich ganz cool. Was geht da hinten ab? Nix? Okay. So, dann landen wir in der Kiste erstmal wieder. Ja, ja. Vorsichtig. Vorsichtig. Boah, sehr schön. So, was haben wir hier? Erstmal plündern. Da wär zumindest wieder Maschinengewehr. Oh. Was ist das? Silo. Na, hier ist noch so'n Ohr. Okay. Wehe, mein Heli ist gleich wieder weg. Bin ich aber sauer. Na. Geht's nicht hoch. Ach, hier. Hallo? Bist du mal hochgehen? Bist du jetzt da hoch? Ach, die letzte Auge rum. So, die Satelliten schüsseln muss man es zerstören. Ihr Wichser! Ihr Wichser! Boah, es sieht schon echt cool aus von hier oben. Na, komm, ich kann nicht von hier aus nicht viel anstellen. Ja, ich glaub's nächstes Mal, wenn ich mit einem Waffenhändler bin, tausche ich mal die Waffen. Knall auf die hier. Ein ordentliches Visier drauf. Nehmt dann mein Maschinengewehr wieder mit. So, wie weit ist es noch? Hopp! Oh, jetzt bin ich mir grad nicht sicher, hab ich den Winx-Jud schon praktisch freigeschaltet. Ganz schön hoch. Hubschrauber ist noch da. Sehr schön. Ne? Einmal. War das nur die eine jetzt? Fähnend ist noch ein Silo, seh ich gerade. Das können wir uns gleich als nächstes schnappen. Oh, ist das wackelig hier oben. Irgendwo latschen noch Peggys rum, die mich sehen, aber ich seh sie nicht. Hab eins. Äh, huch. Ja, ich glaub das war's. Hier ist noch eine Schüssel. Glaube ich. Okay. Ähm. Oh! Das war jetzt knapp. Ah, Abkürzung. Okay. Gut. Gut. Kommst du mit? Huch. Lass rollen. Huch. Los geht's. Dann ist noch ein Silo, was ich jetzt hier stellen möchte. Weg mit dir. Da hinten ist es. Jawoll. Hehe. Also ein Hubschrauber ist echt geil. Schön praktisch. So, hier gibt's noch bestimmt noch einen Haufen Nebenmissionen. Was ist das hier? Heizscheine, Schnellreise. Ne, danke. Da ist noch ein Silo. Komm, das nehmen wir uns direkt das nächstes vor. Jawoll. Und da ist noch ein Außenkasten, sehe ich gerade. Den räuchern wir jetzt auch aus. So ist eine tote Kuh. Ja, das war klar. Ich glaube, ein bisschen tiefer wäre gar nicht schlecht. Ah, da. He. Na, komm schon. Schieß. Bringt dir nix. Oh, oh. Oder doch. Oder doch. Egal. Euch nehme ich noch mit. Scheiße, ich muss landen. Boah. Hubschrauber macht's nicht mehr lang. Oh je. Okay, hier geh ich jetzt mal runter. Schade, der schöne Hubschrauber. So, den Rest machen wir zu Fuß. Jetzt geht ein bisschen schneller. Wir frei, den Sekten außenposten. Genau das ist der Plan. Ach, das ist nur ein Bulle. Ja, Gott sei Dank. So, wo ist mein Schafschützengewehr? Jawohl. Jawohl. Mein Hund. Mein Hund. Ich glaube, die Geisel ist tot. Oh, was ist das denn bei einer? Hey, hey, lad doch mal nach. Uh, das war knapp. Oh je. Oh. Scheiße, meine Entdeckung ist weg. Nein. Nein. Mist. Aha. Ich glaube, ich muss das künftig geschickter anstellen. Nicht einfach so Rambo-mäßig da rein, da ran. Und schon gar nicht mit der Waffe. Habe ich gerade festgestellt. Ist nicht besonders gut. Ja, nochmal. Ich glaube, so oft wie in dem Far Cry Teil bin ich noch in keinem anderen gestorben. Muss ich auch jetzt gerade mal feststellen. So, ich könnte natürlich jetzt den Bullen freilassen. Dann macht er die Arbeit für mich. Aber, lass mich raten, da ist ein Vorhängeschloss. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass sie, dass es Absicht ist, dass der Teil ein bisschen schwerer ist, damit man mehr auf Schleichen und die Tickdowns angewiesen ist. So, wie mache ich das jetzt? Renten läuft so ein Scheiß-Typ rum. Hat einen fernnden Flammenwerfer. Ja, ich habe nichts mit Schalldämpfer, gar nichts. Oh, Grace ist tot. Sehr schön. Jawohl, voll auf die Rebe. Was hat der mit einer Waffe? Oh. Äh. Ja. Austauschen. Ich glaube, die ist sogar besser. So, den könnte ich natürlich wegholen. Möchte ich aber nicht. Uh, uh. Oh, oh. Ah, ich könnte natürlich auch das... Schlecht, schlecht, schlecht. Das war nichts. Nein. Oh, oh. Hallo. Schönes Gewehr hast du da. Gib mir das mal. Kann ich das ausschalten? Nein, verdammt. Verstärkung kommt aus westlicher Richtung. Ja, ich wollte zwar nicht da hoch, aber egal. Oh, die Waffe ist schon besser. Die gefällt mir gut. Irgendwo kommt noch einer. Ah, da. Oh, die ist nicht übel. Jetzt gehört es ja auch noch mir. Das ist noch besser. So, was sind denn die Arschkeisen? Oh, nein. Nicht schon wieder. Oh, Gott sei Dank. Das wäre geschafft. Ja, genau. Die Kuh lebt auch wieder. Da geht's gut. So. Der Schnitter. Deine Seele ist vergiftet. Ich suche nach einer Schöpflüsterer. Kann ich dich mal kurz sprechen? Also muss hier herausgeschnitten werden. Danke für die Hilfe. Aber du lehnst meine Hilfe ab. Du weigerst dich, Ja zu sagen. Und bis du das tust, wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst, tausendfach an deine Freunde zurückgegeben. Und ich weiß nicht genau, wie viel deine Freunde in Herzen ertragen kann. Also wähle deine nächsten Taten mit Bedacht, Deputy. Ja, das mache ich schon. Keine Sorge. So, was können wir hier alles tolles anstellen? So, anpassen. Ach ja, jetzt habe ich die Waffe ausgetauscht. Gut, dann packen wir die mal hier hin. Wie viel Kohle haben wir noch? Nicht sehr viel. Schade. Reichweite. Das sieht ganz gut aus. Ganz schön teuer. Was gibt es denn für andere Scharfschutzgewehre? Gibt es da schon irgendwas? Nein, ist noch gesperrt. Okay, bis dahin nehme ich doch mal tatsächlich die hier. Komm, ich haue jetzt die Kohle raus, was soll's. Bevor sie alt wird. Mit Schalldämpfer? Und Schalldämpfer? Äh, nee, Schalldämpfer. Ich mache, guck mir erst mal. Ähm. Ach, hier. Was gibt's denn hier noch Feines? Hier, hier können wir noch ein Rot-Busier draufknallen. Ja, das machen wir doch direkt. Weg mit der Kohle. Ein ordentlicher Schalldämpfer. Eckiger Schalldämpfer. Die laufen lautlos. Keine... Ah, ist das teuer. Ist das echt teuer. Okay, ich auf Schalldämpfer verzichte ich jetzt mal. Wo ich das eigentlich echt ungern mache. Auf Schalldämpfer verzichten. In Far Cry zumindest. So, jetzt bin ich noch Zimmerpleite. Okay. Dafür haben wir jetzt... Ja, zumindest ein einigermaßen Scharfschützengewehr. So, was willst du denn? Richtig gut, wie du... Was? Toll. Das wollte ich gerade mit dem quatschen. Muss mal eine andere Waffe. Hallo, hallo. Ah, hier bist du. Jetzt ist die Kuh abgehauen. Schade. Irgendwo wird geballert. Wo denn? Schön, dass ihr das alle wisst, nur ich nicht. Jawoll. Der wäre erledigt. So, jetzt gehe ich mal zurück zu dem anderen. Der hatte doch irgendwas... Ich habe irgendeine Aufgabe für uns. Hoppla. Ich suche nach einem Kuhflüsterer. Ein Kuhflüsterer. Da bist du genau richtig. Hör zu. Richtig gut, wie du das alles von der Sekte zurückgeholt hast. Zum Glück haben sie die Farben nicht zu sehr beschädigt. Aber sie haben jede Menge Vieh getötet. Einige der Kühe laufen noch ziellos auf den Feldern rum. Kannst du sie zurück in den Stall bringen? Du musst sie ein bisschen aufscheuchen. Schmeiß einen Stein nach ihnen oder so. Oder gib ihnen einen Klaps. Die werden vor dir weglaufen. Aber dadurch kannst du sie dahin lenken, wo sie hin soll. Kühe schubsen. Jawoll. Wo muss ich denn hin? Da. Ist gar nicht so weit. Schön. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch eine andere Waffe bekommen. Genau die hier. So, wo müssen die Kühen? Steinen benutzen. So, du blöde Kuh. Falsche Richtung. Vorlein. Da geht's lang. Hopp, hopp. Lauf. So. Bleib da. Du, geh mal weg. Dich mag ich nicht. Ja, lauf. Lauf. Blöde Rindviecher. Madame, sie laufen falsch. Los. Nein, nein. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Au. Blöde Kuh. Hallo? Andere Richtung, wenn ich bitten darf. Nicht da lang. Lauf jetzt. Du auch. Hopp, vorwärts. Kann das sein, dass die wegen dem Bullen nicht da reinlaufen? Aha, aha. Aha. Jawohl, Kohle. So. Jetzt hauen sie ja doch wieder ab. Hallo. Oh, 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 oh. Ich glaube, der ist stinkig. Beine wie Sprungfedern. Hey, lass das. Was ist denn? Alles cool. So, wir haben erfolgreich kühl geschubst. Aber was wäre, Munition? Ja, Gewehrmunition wäre vielleicht nicht noch schlecht. Aber... Oh, 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 oh. Raketenwerfer. Ich habe den Spaß gönne ich mir jetzt mal. Oh, hübsches Badezimmer. So, mal hier noch ein Safe. Okay, ich will mal eine... Meine, meine, meine... Genau. Wieder möchte ich wieder. Ich mag die Häuser. Finde ich echt schade, dass wir kein eigenes Haus haben in dem Spiel. Das wäre echt geil. Danke. Das wäre echt geil, wenn wir so einen Unterschlupf hätten aus dem Haus, wo wir das mal wieder zurückgehen können. Hier ist noch ein Brief. Habe ich gerade gesehen. Okay. Und hier liegt... Guck, Kohle rum. Hier liegt die Kohle rum. Genau. So. Nein, nicht, dass da... Genau, dass da... Irgendwo war noch schlossknacken, ne? Okay, das ist sechs Punkte Hammer. Er bekommt noch eine Verletzungsschallzeug, den haben wir auch noch nicht benutzt. Können wir auch noch mal tun. Attentäter. Ich glaube, ich nehme tatsächlich mal Dietrich, wenn ich mal das Zeug plündern kann. So. Schlossknacken. Aber das kann natürlich eine Weile dauern jetzt. Ja, Boomer, ich weiß, ich bin ein schlechter Schloss. Ah, sehr schön. Funktioniert. So, muss ich nicht jedes Mal. Du hast keine Chance, Freundchen. Oh, oh. Hier ist ein MG. Sauber. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss irgendwo Munition herkriegen. Beute verkaufen. Was haben wir denn da alles? Wenn man hier schnell verkauft. Jawohl. Ich habe ein paar Kröten bekommen. Sehr schön. Kleidung. Munition. Munition. MG Munition. Auswählen. Brennstofftanks. Das kostet ja gar nicht so viel. Nehme ich. Oh, Kleidung. Ich hoffe nicht möglich. Ja, ich meinte auch Kleidung. Entschuldigung. Outfit. Was haben wir denn da? Oh Gott. Ist ja furchtbar. Äh, nee. Nee. Oberkörper. Was haben wir denn jetzt gerade? Wir haben jetzt das hier. Genau. Kostet 200. 200. 200. Ach, ich finde es wie so immer noch furchtbar. Ne, okay, lass mal. Ja, andere Handschuhe haben wir uns schon gegönnt. Oh, es gibt sogar Ringe. Habe ich hier diese komischen Bandagen da, genau. Was? Bandagen befinden sich immer im Besitz? Na dann, wieso nicht? Haben wir hier auch noch irgendwas im Besitz? Ja, nur eine Mütze. 900 für eine Sonnenbrille ist ja ein Buch. Unterkörper. Was haben wir hier noch Feines? Na, ich finde die Hose auch nicht ganz in Ordnung. Sag mal sonst noch. Nee, danke. Hoch, Oberkörper. Oh, hier gibt es so Abwüchslung. Ach nee, komm, Oberkörper können wir auch lassen. Was soll's? Oh, jetzt hier facke ich gerade alles ab. Schlecht. So, was macht man als nächstes? Äh, haben wir hier noch irgendwelche Nebenquests zu erledigen? Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie das hier jetzt genau abläuft. Sind wir jetzt in dem Gebiet fertig oder wie oder was? Nee, eigentlich nicht, weil John lebt ja noch. Kann ja gar nicht fertig sein. So ein Quatsch. Mein Gott. Hier ein behoffneter Konvoi können wir noch. Hier ist noch ein Außenposten. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun hier. Okay. Äh, ich brauche ein Gefährt oder ein Hubschrauber. Hubschrauber ist nicht. Der ist ja leider kaputt gegangen. Wo die Dive, Ferkel. Was denn hier? Komm, ich dachte auch nicht, es ist jetzt so blitzt. Ich dachte, das kann man aufmachen. Okay, ähm, was sind das hier? Hundezuchtstation? Was? Klar. Gehen wir auch mal hin. Was sonst? Wo geht's denn da lang? Was ist da? Na, hältst du an? Habe ich ihn erwischt? Tatsache. Ich habe ihn erwischt. Ich habe kein Glück, aber ich sollte eigentlich tot sein. So. Gott sei Dank warst du da. Kein Problem. Ich helfe immer gern. Danke sehr. Danke sehr. Ah, da hinten läuft noch einer. Na gut, dann gehe ich mal, gucke ich mir mal die Hundezuchtstation da hinten mal an. Aber erst in der nächsten Folge. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, schaltet wieder ein. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Oh, was war das? Grafikfehlerchen. Okay, macht's gut. Und ciao.